In der Wildwasserbahn, für den echten kleinen Mann, ist die Wasserrutsche, mit der alle gerne fahren. Lottwitz, du bist ein Kind von mir. Ja, das wunderschöne Rode NT 2 A, funktioniert wieder 1 A. But it's a party and it's all for you. You must try to enjoy yourself, it's your... Was für ein Crime! Das wir einfach allgemein Kinder kriegen, das wäre schon mal richtig wichtig und... Bist du dir da sicher? Bist du dir da sicher, 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 sicher? Ich weiß den Ablauf nicht. The trick to being happy is not waiting until everything goes your way or everything goes well in order to be happy. It's about finding the beauty in existence even while things are hard and even when there's things you want to improve about your existence. Because no one's ever satisfied, we're not designed to be satisfied. You're waiting to be content and to arrive somewhere before you'll permit yourself to like the good things about your life. You will never be happy. And we don't wanna be alone. The road is not alone. Warte kurz. Ich muss ganz kurz meine Wunden ausheilen. Ah! Meine Wunden ausheilen, du Arschloch! Ich dachte, du bist mein liebender Vater! Du Arschgeige! Ich steck dir ins Auge! Wenn ich jemanden erschieße, freu ich mich so sehr. Ich lasse meinen Assistenten jetzt schweben mit Magie! Oder auch nicht! Buh! Geh zurück! Scharlatan! Werde ihn eingestellt? Buh! Auf die Fresse! Kotz ihm in den Hals und drück das mit der Faust runter! Juan! Okay. Warum Dassen? Oh, cool! Ich hab schon wieder jemanden getötet! Hehehehe! Das geht doch nicht! Ich finde, das ist okay, dass man auch einfach mal sagt... Scheiße! Was machst du? Boah! Boah, ich bin weg! Sorry, ich kann nicht mehr was machen! Ey, was machst du denn da? Ne? Mir fiel immer Spekulatius schwer. Ja, nicht nur das Spekulatius fiel dir schwer. Haha, ich liebe diesen Song! Das ist hier Silverstone quasi auch frisch bestellt jetzt. Ne, also sorry, da wird nichts geschnitten! Ja, super! Ja, muss ich das nochmal erklären? Ich bin nicht du! Und ich muss mir andere Sachen anhören als du! Jeden Tag! Den ganzen Tag! Ich reagiere auf Sachen anders als du! Ich führe nicht dein Leben! Was deiner Meinung nach geht und nicht geht, ist nicht meine Erfahrung im Leben! Also entscheide ich nach meinem Gusto! Und nicht nach deinem! Ist nicht böse gemeint, ich sage es nur sehr deutlich! Bitte versuch mich da zu verstehen! Wenn du das nicht kannst, sei mir nicht böse, dann liegt das Problem nicht bei mir! Junge, Junge, Junge! Bitte nicht ausrasten! Ich war nur sehr deutlich gerade! Entschuldigung! Damit! Viva la Baume auf der 1, Sven auf der 2, Peters Kochstürze! Also ich muss auch sagen, ich mache das schon recht widerwillig! Aber der Zweck heiligt die Mittel nicht wahr? Was ist denn der Zweck? Der Zweck ist, jeden wäre wieder Geburtstag! So? Genau! Ich habe begonnen zu sehen, das ist ja unter meiner Kamera, Leute! Oh! Was er von uns erwartet, das können wir jetzt so machen! Und das hat immer zum Erfolg jetzt so machen! Glock mal! Und das können wir jetzt so machen! Und das hat immer zum Erfolg geführt! Und immer dafür gesorgt, dass wir am Ende alle wieder highlos machen! So, Platz 3 hat Metal Tarzan! HGZ! Dann der Fox auf der 2 und... Viva la Baume auf der 1! So, weiter im Text! Einmal noch die Hohensohn Scheiße und dann den Wichser! Denn alles ist relativ! Ist ein anderes Wort für hoch! Nur auf den Standpunkt kommt es an! Ist ein anderes Wort für... Figurativ! Figurativ ist gut! Oh, ja! Maxi, 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 Maxi da! Wir machen jetzt massive Menschenrettung, ne? Wir wissen nicht, wie viele Leute da drin sind! Es sind sehr viele Leute hier in den Haus gemeldet! Scheiße, wir wollen so viele Kräfte... In der Omikron-Welle verzeichnen immer mehr Unternehmen massive Personalausfälle! In der Omikron-Welle verzeichnen immer mehr Unternehmen massive Personalausfälle! Die Zucker raus! Die Zucker raus! Und dann? Äh, nichts! Das ist alles! Und dann? Kein und dann! So geht das! Das müssen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen! Ich mach dat! Die Frau macht dat! Die Frau macht dat! Ja! Ihr vorbeikommt... Nein, nein, nein! Ich mach noch alles! Ich mach noch alles! Die Frau macht das! Die Frau macht das! Die Frau macht das! Mhm! So läuft der Hasen in Gelsenkirchen! Aber sie schafft das ja auch nicht! Ich hörte... Bayern lost! Ich bin King. Wisst ihr, was King ist? Das ist Snor's the Boss. Weil wir Kings sind, dann chillen wir wie Kings. Und dann rauchen, eine rauchen, und noch eine rauchen. Von morgens bis in die Nacht wird einfach nur gelacht. Das ist jetzt eine große Herausforderung für dich, Amelie. Wir müssten alle drei sitzen, aber ich will dir keinen Druck machen. Da du sagst, was du sagst, und du sagst, wo du sagst. Und du sagst, wo du sagst, wo du sagst. Max ist in einem Busch. Max ist mit einem Busch. Max ist mit einem Busch. Oh ja... Mark ist mit einem Busch! Max ist mit einem... Was wird die Wohnung da drüber? Ja, bitte löschen. Machen wir, rennt ruhig. Feuer bitte löschen. Macht euch keine Sorgen, ich komme zurecht. Oh no, you damn. It's not a raft, it's a raft. Sie bezeichnen uns immer wieder als die, Zitat, Besatzungsmacht, Zitat Ende. Was ist daran falsch? Das hat einen negativen Klang. Das sehe ich genauso. Wenn mein Volk wieder zu seinen alten Gewohnheiten zurückkehrt, dann ist niemand mehr sicher. Die Welt ist ungerecht, aber mir geht's gut. Das Leben ist ungerecht, aber mir geht's gut. Ich würde mich auch beschweren, aber mir geht's gut. All die ist schlecht, die Welt ist ungerecht. Das Leben ist ungerecht, aber mir geht's gut. Das Leben ist ungerecht, aber mir geht's gut. Millionen anderer Leute sind so individuell wie du und zahlen ihre Miete von erarbeitetem Geld. Das Leben ist ungerecht, aber mir geht's gut. Wie schön das du geboran bist, wir hatten dich sonst sehr vermisst, meine Flor, meine Kazi, meine Wu, meine Hype. But freedom, I can't, um, I've been looking for... Ja klar. Es ist ein neues Jahrfach. Ich bin dieser YouTuber aus den... 2010ern. Ich bin es, sie haben mich vielleicht nicht erkannt, aber... Hallo? Elektro-Tüte? Zu derselben Zeit in einer anderen Welt wurde eine Entscheidung gefällt. Man bereut so viel Text, nicht auf Anhieb wieder parat zu haben. Gut, dass wir das auch alles so akribisch gebrobt haben die ganze Zeit, den ganzen Winter. Ja, ich bin herzlich gegrrrr irgendwie auf den Sack. Ich bin... Bin auch gar nicht dran. Ich glaub, da hab ich mich vertan. Und? Blüht schon alles kräftig in Houston? Ähm, negativ, Jim. Ich hab die Maser nicht gekriegt. Geschenke. Geschenke. Dieser ist ein Zensurensohn. Doch ich zensierte schon mit meiner Unwissenheit über was ich eigentlich konkret gerade mache. Liegen lassen. Ich hab die Maser nicht gekriegt. Sind sie sich ganz sicher? So ganz sicher bin ich mir dann nicht. Es war noch keiner richtig imstande, es mir zu verklickern. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Egal. Hier, Macke, Macke, Gongo. Keine Ahnung. Ja, ich habe mehr records von der KGB. So, uh, no funny business. Ich bin, 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 ich bin Und damit ich nicht drauf rum reite, du bist ein pöres Son. Aber er verzieht. Warte. Ich hab... Was? Ähm. Are you fucking kidding me? What the fuck? Was war das denn? Hä? Das kann doch nicht scheinen. Was? Bitte was? Was ist denn das? Hast du grad ein Handy von Pan bekommen? Oder was ist das denn los? Oh nein! Was? Der kennt sich immer oder? Nein! Man hat ja gar keine Zeit! Ah! No! Äh... Shit! Oh! Scheiße! Pan, das glaub ich jetzt auch nicht. Du hast mein tolles Wort genommen. Oh, wie gut! Wie gut war das denn? Der Hase ey! Das ist die neue Planke! Ach stimmt, die Mami ist... Ja, du hast recht, die Mami ist ja... Ja klar ist die Mami auch... Und die Schneeflocken fallen schon... Über Nacht... Ganz weiß wird's im schlumpfen Land... Und hier noch eine Fackel... Damit wieder keiner was zu meckern hat... Weil zu wenig Licht da ist... Man kennt es ja bereits... Oh! Aua! So, verliebt! Du bist verliebt und brauchst nicht viel... Ein Steak, Alter! Ich brauch ein Steak! Ich brauch nicht viel, aber ein Steak! Ich brauch ein Fell und bin gecheckt! Mein Herrchen weiß, was mir so schmeckt! Ich spiel auch gerne mit Fake und Garner! Uhohohohoho... Es geht ihr gut... Es geht ihr klasse... Doch sie lächeln nicht! Das hätte klasse! Siehe Klasse... Ist doch lächerlich! Mischel mal deine Nuggets! Sagt die Traumfrau zur Bachfrau... Das war's für heute. Das war's für heute. Das wird unglaublich warm hier drin, aber ich muss ja nix anhaben groß. Das war's für heute. 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 Ja, aber wahrscheinlich liegt das hier dran. Ich nehme mich so laut auf. Nehme ich vernünftig auf? Nein, tue ich nicht. Stark. Okay, ich gebe das auf. Ich lasse das sein. Ich mache das nicht. Das fackt mich nur ab. Aber reisen mag ich schon. 30 Euro Lissabon. Gut, ist ein Weltenunterschied zum letzten Mal. Ach ja. 12 Minuten, nice. So, 250, die Continuity der billigeren der beiden anderen Snairs. Gerade weil bei meiner ist das Fell entgegengekommen. Was nicht verwundert, weil es hat keinen Rahmen mehr. Seit dem Erntegepäck zum Freitag. And it's been 40 days, I've tried 40 ways, you will never quite leave your sins behind. They haunt you, taunt you till the day you... Well, we better get to the control room. Die klingt viel besser als meine kaputte und meine armen kaputten Snairs zusammen. Und dabei ist die von Fame. Fame, Fame. Where is outside? Jetzt senke ich mich dann so weit wieder auf. Wie gewohnt. Where are you? Sorry, keep going. Ah, da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Endlich normale Leute. Einen hab ich noch. Also jede Menge eigentlich, ne, weißt du, weißt du selber. Aber einen noch für heute. Und dann mal gucken. Aber er wird weiterleben, Tobi. Er wird nicht vergessen, weil er immer da ist. Unter all den anderen. Als anonymes Stück Holz. Hey, anonymes, we are Legion. Oh, warte mal. Nein, warte kurz. Es ist gerade eine Uhrzeit. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Das war Martin, das ist auch nicht passiert. Er war der Punktest motherfucker I ever did see. I just helped you be shouter. What did you say to her? Maybe too much. F***er Penner, ey. Unsohn! In dein Löffel! Ja, das läuft. Gib mir ein B! B! Gib mir ein A! A! Gib mir ein Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Wir singen! Don't throw my phone into the lake, yeah! But the most damning thing of all. I think I can live with it. Aha, ach ja. Das ist aber schon etwas. Das ist aber schon etwas. Das ist etwas. Das ist aber schon etwas, ja? Herr Baxter, das ist schon etwas. Das ist aber auch das. Warum das ... Warum das? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning. Schöne F Joel, Schöne F Joel, Gitter F Joel. Gitter F Joel. Ja, wo bin ich denn hier? Was denn? Ja, weißt du es? Ja, weiß ich. Ja, was denn? Und, wie siehst du? Ja, ganz cool. We're going nowhere mighty fast. Der Norm entsprechend. Ja, wer will denn schon der Norm entsprechen? Ganz ehrlich. Wer möchte das denn? Du bist ein Durchschnittstyp, tust Durchschnittsdinge, lebst ein Durchschnittsleben. Jeder Tag ist ein Durchschnittstag. Dann gehst du durchschnittlich in ein durchschnittliches Bett schlafen mit deinem durchschnittlichen Partner. Natürlich anders geschlechtlich. Ähm, wachst auf, isst ein durchschnittliches Frühstück, gehst du dann durchschnittlich in Arbeit. Da hab ich lieber schwarze Finger in den. Da hab ich lieber schwarze Finger in den. Sometimes I think sitting untrained. We try not to be impatient for your hate standing in line. Da hab ich lieber schwarze Fertig schon immer drauf. Ja. Ja. BSh! 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 Hey. Tumgereh. It wasn't a day, but I was in a kiss, now we do I can live with it But I still know the song and the words and the name and the reasons And I know it cause we were kids and we used to hang So long ago we came to the only top But we came to the only top So long ago we came to the only top And we came to the only top So long ago we came to the main This is War of the Bay Area Just a city boy Born a race to South Detroit He turned up and I'd say going Somewhere else should I Somewhere else And I put on the moon in my bed I said I don't Sing like shit Late tattooed inside of my arms And I told from my father I'm not going to die Oh, when you tell me fortune In America I'd like to give you a chance 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 Leg dich in die Kurve rein Du brauchst keinen Führerschein Man muss nur ein bisschen mutig sein Lukas Wadelski und Marc Flecken Es war, ich würde sagen, ein professionelles Gespräch Da bin ich mir sicher I'd like to move it, move it You'd like to Like a trip to a house A face to the floor It's the one and the only Faces we control It's the reality Not time to fall It's the place that we call home Hearing that noise It's my first ever feeling Also da wird auch die Hütte brennen Da bin ich mir sicher Merkst du diesen Unterschied, wie die noch damals im Fernsehen geredet haben? Ja, und jetzt folgt eine Dokumentation über ein Thema, das bestimmt viele interessieren wird Wir haben da etwas aufbereitet, das ihnen bestimmt gefallen wird Und du, vorm Fernseher erstmal Oh, tiefenentspannt Oh Und heute? Bam, bam, bam RTL, wow Jetzt erstmal ne Assi-Familie, die vorführen 50 Euro gezahlt Zack, bam Guck mal, wie arm die sind Yeah, die fetten fressen Torte Yeah, drauf da Das ist Fernsehen heute Früher, ja, da kannst du mal gucken Vielleicht kommt jetzt ein kleiner Bericht über die Armut So Ja, das ist, so So ist das heute Das ist der Unterschied Und deswegen sind die Leute auch aggressiv Aggressiv, sag ich Aber zum Glück sind wir tiefenentspannt Ja, wir sind ja noch alte Schulier Spongebob, bester Freund Ich danke dir, wie immer Ein vehementes Dankeschön Ich glaube, die zweite Strophe überlasse ich mal Oh, ich bin gar nicht im Bild Kennen Sie Twitch? Nein Ich bin da Ja, bitte Ja, bitte Ich bin da Können wir nicht So, Knaß. Wer hängt jetzt unter der Decke? Da kannst du doch mal, komm mal, guck mal, da ist ja richtig feini meini, wenn du reinguckst, da sind auch Sitze, Spitze, Spitze, alles drin. Ja, so läuft der Autohase hier und das ist natürlich alles vom Feinsten. Schnipp, schnapp, noch nichts gespart, gar keine Frage. Mein Fuhrpark ist natürlich schon sehr ideal und damit fahre ich die nächsten Tage sicherlich irgendwann mal irgendwo hin, aber das filme ich nicht. Warum auch? Ich habe euch den Wagen jetzt gezeigt, er ist legit. So, gut, es macht mir einfach zu viel Spaß. So, komisch lieber und dann und dann, tief wie ein Messer. Ich glaube, es ist besser, ich verzieh mich, ich verzieh mich und besser. Ich freue mich drauf euch weiter zu schreien. Eine Botschaft von Cisco. Das verstehe ich nicht. Er lässt mich wissen, dass er wieder zurückkommt. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich bin auch nicht. Ich bin auch nicht. Also, ich bin auch nicht. Das verstehe ich nicht. Und es wird dann halt. Und er sagt auu... aus. Sollen wir dir den Döner fertig machen. Du bei Dose? Wir sind häufig mit meinem Brotwärts durch die Gegend gefahren. Da bin ich mir ganz sicher. Da bin ich mir ganz sicher. Weiß aber auch, bin ich mir ziemlich sicher. In der Tat. Ja. Mir läuft Sport. Lass uns mal Tell Me Why spielen. Das wollten wir doch zocken. Story Game. So. Ja man, das Leben spielt, wie es Leben will. Jedenfalls kommt es eher anders als komplett. Du lachst immer noch immer an den Wald, ne? Aber echt egal. Mann, ich scheiß drauf. Oh Leute, vertraut mir doch einfach. Manchmal kommen diese einfachen Dinger auch immer sehr, sehr gefährlich. Wir betreten neue Wege, die wir noch nicht hatten. Ich nehme mein Wittenstück, gemeint bin ich halt. Da bin ich los. Hurra! Wie kann einer nicht sagen, dass ich gar gesinnt bin? Bin ich noch da? Hey Steve, I think you're single. I'm going to fly that time. Barry, why don't you play it? Hey, verstehe. Liebe Lea auch von mir. Ja, gut. Oh, no, 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 no. So, 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 so frei, dass ich exzerbiere. Bist du bereit? Ja. Okay. Liebe Lea, auch von mir. Du bist angerufen von Tuba. It's okay, Tuba, you can be in the next band. Boah, boah, hier sind die aber ganz schön, uah, du hast es gar nicht mitbekommen, ne? Ja, doch, am Rass, ne? Die sind wie bei mir, quasi neben deinem Kopf. Neben meinem Kopf? Ja, und zwar nicht bei mir. Und lebt noch. Ich hab das Paradies gesehen. Wenn wir nicht diese ganzen Sachen hätten machen können oder hätten gemacht, dann hätten wir das nicht gemacht. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Mach eine Schritt nach links und zwei nach rechts. Missverständnis traf ich neulich auf der Straße gegenüber. Die Begegnung fand ich ziemlich hetzehaft. Pfeimen, Kokosnüsse, Pfeimenliebe, ne, hammer nicht. Cocktails, Longdrinks und schlechtes Bier, ne, hammer nicht. Und das ist mir wichtig, dafür brauchen wir die Öffentlichkeit nicht. Wir kriegen das schon hin. Da bin ich mir sicher. Wenn ihr jetzt das Ganze hier aufnehmt, dann verarbeitet ihr meine personenbezogenen Daten, wenn ihr es auf die Festplatte aufnehmt und abspeichert das Video. Dann werden personenbezogenen Daten gespeichert. Ihr dürft das unter Umständen. Aber Fakt ist, dann fährt man eine Wasserrutsche. Oh, Leute, vertraut mir doch einfach. Manchmal kommen diese einfachen Dinge auch immer sehr, sehr gefährlich. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich bin mir sicher. Da bin ich mir ganz sicher. Bin ich auch sicher. Da bin ich mir sicher. Sind nur noch acht Wochen und so richtig ist man sich noch nicht sicher, reicht die Form, um ne gute WM zu spielen. Und so richtig ist man sich noch nicht sicher. Und so richtig ist man sich noch nicht sicher. Und so richtig ist man sich noch nicht sicher. Und so richtig ist man sich noch nicht sicher. Alter, zahlst du dir die Schnauze! Danach geht's ihnen besser. Das sieht es scheiße aus, kommt raus. Na gut, alles klar, gönn dir. Viel Spaß, bis später. Wie komm ich jetzt wieder zum Fußball. Ähm, das ist, glaub ich, Freistoß-Spray, aber sehr, sehr lecker. Das bleibt alles so, wie's hier ist. Mein Körper ist mein Knast. Ihr geht, dein Leben, dein Leben, dein Leben, dein Leben. Alles halt so wild, alles nicht so schlimm, wie andere es beschreiben. In der Tat. Ich weiß nicht, da bin ich nicht so sicher. Ich bin mir da gar nicht so sicher, aber ich kenn mich auch mit dem Käufenschutz gar nicht so richtig aus. Hör! Komm on, everybody! Ja, da bin ich mir aber auch sowas von sicher. Ja, das, 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 ich bin sprachlos. Unbegreiflich. Also wow, wow, wow. Und das geht immer. Ja, das geht immer. Ja, genau. My name is Andrea, and my tears came out when I first listened to Ernst 77. Nobody ever used to offer me, what they offered me. They declare themselves, to the fruit of the week. I won't wear Glovers. I won't wear Glovers. Yes! Clear! 3, or? I have two Mark here. We will drink something today with you. And hope you will be able. 3, or? 3, or? 3, or? Das ist es, das ist es, da ist es. Jetzt ist alles gut, Flower Power. Ja. Ich bin mir leider nicht zu sicher. Ähm, Spaß. Ähm. Ich bin mir leider nicht zufrieden, Ich bin mir leider nicht zufrieden, Ich bin mir leider nicht zufrieden. Ich bin mir leider nicht zufrieden, Ich bin mir leider nicht zufrieden Und dann geht's los. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Die Wildwasserbahn für den rechten kleinen Mann ist die Wasserrutsche, mit der alle gerne fahren. Was für ein Spaß, damit kann man gerne nass. Da ist eigentlich auch ein wildes Tod. Ohne doch nichts, sah nur so aus. Ich komm nicht klar, Natur trüb, aber eingeweist. Ich komm nicht klar, ich mach's Richtung Johannes Graz. Und dann rauchen, eine rauchen, und noch eine rauchen. So viel Text, nur ein Arbeitsgedächtnis. Wir reisen durch den Weltraum ohne Ziel Und suchen nach dem richtigen Profil Heimatlos, rückkehr zur Erde I was alone I was all by myself No one was looking Wir reisen durch den Weltraum ohne Ziel Wir fressen sich um 8 Uhr mit der Flügel in der Hand Dann wird getankt, ich kann nicht mit Ich kann nicht mit Ich muss ansonsten, schaufe für den Blockseiten, oh yeah Du bist so blau, aber einfach nur faul Du bist so blau, aber einfach nur faul Das ist einfach nur großartig Das ist einfach nur großartig Heute werfen wir noch einmal einen Blick auf etwas Basiswissen aus der Mathematik Ich hab noch nie was von gehört Ähm, was ist das hier für ein Baum, Alter? Da wär ich doch sauer Ich warte seit Wochen Ich weiß ja nicht, wie es euch gehen würde Hätte ich diesen Baum gesehen Hätte ich gesagt, hm Bla 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 Ich glaube, mich hätte das wirklich gereizt Da hinzugehen und zu sagen, hm Doch jedes Mal passiert das gleiche Nix Reduzierung der Treibhausgase 1,5 Grad Ziel Bla 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 Fustekuchen Und weil sich hier nichts Neues tut Zeigen wir Ihnen jetzt Bilder von Teilnehmern in Gängen Doch, natürlich, oder? Man geht doch hin und denkt sich so Ja komm, der Baum greift einen ja nicht an Der Baum steht ja einfach da Dann muss ich halt da drunter nicht Äpfel sind rot Birnen sind grün Jedoch sind manchmal auch Alben mal rot Naja Dank wird durch die Ernte wieder angesagt Die Kippen United und die Musik Köln ist nämlich nicht umsonst die Partnerstadt von Liverpool Cool und da fragt man sich dann doch Ein Foto oder ein Video? Ein Bild Lara, du bist live dabei? Und Hanna Lassen wir es dabei für heute Oder jetzt jederzeit nochmal wiederholen Session 308 Später Später Aber Schatzi Vergesst du unser Schuhkleiden? Ich bitte uns ein Spielzeug Bei euch Slay Wenn er noch so weiter geht wie jetzt Dann wird wahr, wird's mir weiter geht He he Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich hab den Eindruck, die Welt wird ständig bekloppt. Man sieht's, es ist Obst im Haus. Wenn du mich fragst, wo's am schönsten war. Fällen unsere Testurteile und haben so entsteht dreieinhalb Sterne verteilt. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Hast du einen Wunsch, Alter? Ja, ich möchte halt... Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich dachte gerade, das wäre einfach... Ich dachte, das wäre... Wie man halt so redet. Hast du einen Wunsch, Alter? Alter, hast du einen Wunsch? Ich dachte, das wäre so gemein. Es hat kurz gedauert, bis ich gerafft habe, dass sie das Alter an sich meinen. Ich bin so assi. Ich bin einfach... Entschuldigung. Entschuldigung, ist aber dumm. So, was? Gut, wir gucken noch mal ganz kurz. Dein Wunsch, Alter? Heroes-Vibes, ne? Schick. Nehmen wir. Dein Wunsch, Alter, hast du einen Wunsch, 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 hast du einen Wunsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt hast du wieder Spaß. Und wenn ich falle, egal, so ist das Leben. Ich versuch's nochmal und lebe mein Leben. Ist doch klar, egal, hab sieben Leben, nur für dich. Dynamo Dresden. Ich liebe euch. Dankeschön. Angucken ist ja nicht schlimm. Mal die Hand dran legen, doch bestimmt auch nicht. Der will deinen Arm ficken. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Das war ein Grundumblick. Ratifiziert durch den Verfall. Peace. Peace.